Ein Spaziergang in der Natur ist herrlich, aber die Sonne blendet oftmals so stark, dass dabei sogar Ihre Augen geschädigt werden können. Und herkömmliche Sonnenbrillen machen alles einfach nur dunkel und bieten oft nicht mal UV-Schutz. Schützen Sie Ihre Augen, genießen Sie die Natur und holen Sie sich Jack-Glasses. Die innovativste Sonnenbrille für gestochen scharfe Farberlebnisse. Die Lichtfilterungstechnologie sorgt für blendfreie Sicht ohne zu verdunkeln. Erleben Sie gestochen scharfe Farben und klare Sicht beim Sport, im Urlaub, beim Autofahren und vieles mehr. Jack-Glasses hat ein sportliches, modernes Design und ist für Männer und Frauen geeignet. Jack-Glasses ist extrem widerstandsfähig und kratzfest. Höchster Tragekomfort dank Ultraleight-Design und selbstverständlich bietet Ihnen Jack-Glasses den perfekten UV-A- und UV-B-Schutz. Vergessen Sie herkömmliche Sonnenbrillen, die Ihre Sicht verdunkeln. Und sichern Sie sich die einzige Sonnenbrille, die intensivste Farberlebnisse und vollen UV-Schutz bietet. Ohne abzudunkeln. Jack-Glasses